Heute mache ich mal wieder einen kleinen Geschwindigkeitstest. Ich will für mein Labyrinth ja so eine Positionierungsroutine haben und da will ich jetzt mal rausfinden, was das Beste ist oder was das Schnellste ist. Ich habe drei Varianten. Die erste Variante wäre direkt in den Bildschirmspeicher poken, wobei ich ein X- und Y-Positionierungssystem habe und dann erst diese Bildschirmposition ausrechnen müsste. Die zweite Möglichkeit wäre, die Cursor-Position zu poken und in der Sys-Routine dann den Cursor zu positionieren. Und die dritte Methode ist, das Ganze mit Print zu lösen und mit Steuerzeichen. Alle drei Methoden probiere ich jetzt aus, also auf zum C64. So, da sind wir schon und wir fangen direkt mal an. Ich würde sagen in der Zeile 100 und ich mache jetzt alle drei Sachen untereinander und dann gucken wir mal, was daraus wird. Was wird? Also als erstes würde ich sagen, wir poken direkt in den Bildschirmspeicher. Ich lege jetzt mal so ein paar Sachen hier fest. Als erstes mal die Bildschirmposition, das wäre die 1024. Also ich probiere das jetzt so zu machen, wie ich es in einem normalen Projekt auch machen würde. Da würde ich die Bildschirmposition in eine Variable legen. Damit das Berechnen hinterher auch ein bisschen schneller läuft. Dann haben wir eine X-Koordinate. Ich sage jetzt einfach mal 15 und dann haben wir eine Y-Koordinate. Und da würde ich mal jetzt irgendwie sagen so 6. Das sollte erstmal reichen. Dann in der 110 würde ich einmal den Bildschirm löschen vielleicht. Und dann fangen wir mal bei der 200 mit der ersten Methode an, das direkte poke. Das Ganze mache ich öfter, damit wir so ein bisschen Zeitvergleich haben. Wobei ich natürlich erstmal vielleicht die Variable t festlege und da den Timer rein speichere. Anschließend würde ich dann mit einer For-Next-Schleife mal bis 30 hochzählen vielleicht. Oder sagen wir mal bis 60. Wir machen einfach mal 60 Durchläufe, damit wir so ein bisschen mehr Zeitdifferenz vielleicht hinkriegen. Dann berechnen wir die X- und Y-Koordinaten beziehungsweise die Bildschimposition P einfach mal. Und das wäre dann ja Y mal 40 plus X plus Bildschirmspeicher. Das wäre dann die Position. Und dann poken wir einfach an die Position ein Add-Zeichen. Anschließend mit Next wieder raus. Und in der 240 printen wir dann einfach mal den Timer minus T. So, das lassen wir jetzt einfach mal laufen und gucken, was passiert. Dauert einen Moment, dann sind wir bei 41,60 Sekunden ungefähr. Der C64-Timer ist ja jetzt nicht der genaueste. So, als nächstes machen wir die Cursor-Positionierung mittels Poke. Da würde ich jetzt bei der 300 anfangen und da holen wir uns einfach hier oben diese beiden Zeilen darunter. So, Lists. Moment, diese Zeile kann ich mir eigentlich direkt dazu holen. So, wir zählen also wieder von 1 bis 60 und dann poken wir jedes Mal die X- und Y-Position. Und das funktioniert folgendermaßen. Da ich ein alter Mann bin, habe ich es mir aufgeschrieben, weil ich es mir sowieso nicht merken kann. Wir poken erst mal in die 211, die X-Position. Dann poken wir in die 214, müsste es sein. Ja, die Y-Position. Und dann rufen wir mit Sys 58732 die Systemroutine auf, die den Cursor letztendlich positioniert. Und anschließend printen wir an die Stelle beispielsweise ein A. Damit das nicht so fließend ineinander läuft, würde ich sagen, dass wir vorher noch auf eine Taste warten. Und zwar mache ich da einfach oben 10, get a$ und wenn a$ gleich nichts ist, dann springen wir in die 10 zurück. 20 machen wir Return. Das machen wir als so anspringbare Routine einfach. Und in die 0 springen wir mit goto 100 ins eigentliche Programm. In der 250 würde ich dann mit go sub 10 zu diesen Tasten abwarten, springen und dann hätten wir es auch schon fast fertig. In der 330 mit next beende ich dann die Schleife beziehungsweise kommt der nächste Schleifendurchlauf. Und zu guter Letzt müssen wir dann in der 340 natürlich noch die Zeit ausgeben, also den Timer minus T. Auch das können wir mal starten, um zu gucken, was jetzt passiert. Also erster Durchlauf sind zu 40 und der zweite Durchlauf sind 73. Ist also schon deutlich länger. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, dass ich hier oben schon so ein bisschen rumgekürzt habe. Ihr könnt die 40 noch in eine Variable nehmen. Hier zum Beispiel irgendwie sowas wie Zeilenlänge gleich 40. Dann könnten wir das hier noch austauschen. Denn der Interpreter braucht unglaublich lange, um Zahlen, die im Quellcode stehen, umzuwandeln in reelle Zahlen im Speicher. Das dürfte jetzt ein bisschen schneller gehen. Geht es auch 37. 37 und dann machen wir das nochmal. Ja, 37. Eben waren wir so bei 40 rum. Es ist also ein mühschneller. Jetzt haben wir natürlich in der anderen Routine unten jetzt lauter Zahlen drinstehen. Hier nehme ich die 211 und die 214. Auch die würde ich dann hier oben jetzt fairerweise in Variablen verpacken. Cursor X würde ich mal 211 und Cursor Y würde ich dann 214 machen. Und dann Cursor Positionierungsroutine CP 58732. Und dann packen wir das alles hier rein. Einmal hätten wir hier CX, dann CY und hier hinten die Routine. Das wäre dann Cursor Positionierung. Ich starte es nochmal. So 38 und 35. Also das funktioniert ungefähr gleich schnell. Beziehungsweise das Positionieren hier unten mit dem Poke für den Cursor ist sogar noch eine Ecke schneller. Allerdings auch nur, weil ich hier oben erstmal noch so eine Rechenoperation mache, um die Bildschimposition auszurechnen. Da können wir gleich auch nochmal das Ganze abändern, dass diese Rechenoperation nicht drin ist. Und dann ist es nur ein Poke. Das wird dann doch deutlich schneller laufen. Aber erstmal gucken wir uns noch die letzte Methode an. Dafür kopiere ich jetzt die Zahlen hier unten wieder runter. Das wären dann 400. Dann fangen wir hier die Schleife an. Dann machen wir irgendwas. Die 440 können wir auch schon mit darunter nehmen. Und natürlich das Ghostup hier oben. 350. Das heißt, wir fragen jetzt, wir laufen das hier durch. Dann fragen wir eine Taste ab und dann geht es hier unten weiter. Um das mit der Positionierung hinzukriegen, würde ich das mit der Left-Funktion machen. Das heißt, ich würde erstmal einen String festlegen, der die X- und Y-Positionierung enthält. Das mache ich irgendwo oben, vielleicht in der Zeile 105 oder so. Machen wir mal 105 Position, X-Dollar-Zeichen und wir haben 40 Zeichen. Das heißt, es kann die Position maximal 40 sein, beziehungsweise maximal 39. Ich drücke jetzt hier einfach mal den Cursor nach rechts. So, und stoppe das Ganze an dieser Stelle. Jetzt habe ich die Zeile voll. Allerdings, das letzte Zeichen braucht man nicht, weil an der letzten Stelle ist ja unser Objekt letztendlich, das wir printen wollen. So, das Ganze mache ich jetzt nochmal. Hey, kopieren lohnt sich dann nicht. Ich nehme die 106. X-P-Y, das ist dann von oben nach unten, Dollarzeichen gleich und jetzt rücke ich den Cursor nach unten und wir haben 25 Zeilen, also 24 Mal. Ich hoffe, das waren 24. Jetzt sind die beiden Variablen festgelegt und dann können wir unten im Programm einfach weitermachen. Also, wir nehmen jetzt die 420, das ist also dann in unserer Schleife praktisch drin und da printen wir jetzt einfach Left-Dollar-Zeichen in Klammern PX-Dollar-Zeichen, also aus dem String mit dem Cursor nach rechts und da X-Zeichen raus. Jetzt muss ich kurz überlegen, das Koordinatensystem, wenn es bei 0 anfängt, wäre das so richtig, wenn es bei 1 anfängt nicht. Aber wir gucken mal, ob es das macht, was wir wollen. Wenn das Zeichen gleich an einer anderen Position erscheint, dann wissen wir da direkt Bescheid. So, daran kommt dann nochmal Left-Dollar-Zeichen in Klammern PY aber diesmal und da dann Y-Zeichen raus. So, dann nehmen wir als letztes noch das, was wir ausgeben wollen. Oben habe ich Add A, dann nehmen wir hier einfach B. So, und das ist natürlich noch nicht ganz richtig. Wir müssen noch etwas machen. Wir müssen hier vorne einmal mit Home oben in die linke Ecke des Bildschirms springen, also nach da oben. Dann werden diese Steuerzeichen ausgegeben und zwar genauso viele, wie wir X- und Y-Positionen haben. Und dann wird das Zeichen ausgegeben und das sollte eigentlich so schon funktionieren. Also, 430 next, weenden wir die Schleife bzw. lassen sie durchlaufen. Ich liste das nochmal auf. Anschließend geben wir hier TI-T nochmal aus. Ja, das sollte eigentlich jetzt so funktionieren. Dann gucken wir mal, was läuft. So, das ist einmal das, 39, das ist die Poke-Variante, das ist die Cursor-Positionierungs-Variante, die läuft ein bisschen schneller sogar. Und das ist die Print-Variante und die läuft mit 70 ganz schön lang. Wir sehen aber hier, das Zeichen wird genau an die richtige Stelle geprintet. Das heißt, meine Befürchtung, dass ich hier noch von X einen abziehen muss, haben sich jetzt nicht bewahrheitet. Und das funktioniert auf diese Weise schon ganz gut. Jetzt probieren wir auch noch ein paar Sachen aus. Also, wir haben jetzt schon mal festgestellt, dass diese Variante mit der Cursor-Positionierung, zumindest wenn man wirklich nur Variablen benutzt und keine festen Zahlen, in einer Schleife, ja, immer auf die Schleife gesehen, wir führen das ja immer 60 Mal aus. Wenn man das nur einmal macht, dann wird man den Unterschied natürlich nicht merken. Aber wir wollen ja möglichst schnell sein. Gut, das ist also die schnellste Variante, wenn man hier nur Variablen benutzt, weil der Basic-Interpreter dann die Zahlen am schnellsten findet, beziehungsweise nicht erst eine Zahl, die im Quellcode ist, umwandeln muss in eine reelle Zahl im Arbeitsspeicher. Gut, die zweitschnellste Variante war das hier oben mit dem Poke. Hier könnten wir jetzt aber einfach mal Folgendes machen. Und zwar, statt hier oben diese Berechnung zu machen, direkt mit einem Wert arbeiten. Das heißt, ich würde irgendwo oben in der Zeile 100 hier so einfach die Position mal festlegen. Jetzt müssen wir uns das mal eben ausrechnen. Das wäre also 15 plus 6 mal 40 plus 1024. Achso, ja, da sollte man dann vielleicht auch ein Print vormachen. Das ist dann die 1279. 1279. So, einmal Bildschirm löschen, mal eben prüfen, ob ich jetzt nicht gerade irgendwo da oben was zwischengehauen habe. Ja, tatsächlich, da ist die Zeile 15, die müssen wir jetzt wieder rausschmeißen. Ja, wunderbar. So, und dann ändern wir das hier oben mal ab und sagen hier, P steht jetzt fest. Und dann poken wir das einfach direkt in den Speicher rein und gucken mal, wie das dann läuft. So, dann brauchen wir nämlich auf einmal nur 15. Das heißt, wenn ich jetzt in meinem Spiel mit Bildschirmpositionen arbeiten würde und nicht mit X- und Y-Koordinaten, dann hätte ich hier bei der Ausgabe beim Poke einen ordentlichen Geschwindigkeitsvorteil. Aber wie gesagt, es läuft auch 60 mal durch. Die Frage ist, ich muss mir halt überlegen, ob ich dieses X- und Y-Koordinatensystem, wie ich es jetzt habe, was ganz praktisch ist, um innerhalb des Labyrinths, das ist nämlich in einem Feld, in den zweidimensionalen gespeichert, mit X- und Y-Koordinaten, ob ich das alles nochmal umbaue oder es belasse und diesen kleinen Geschwindigkeitsvorteil dann einfach mal beiseite stelle. So, am längsten dauert ja hier der Print mit 71, 60 Sekunden. Da würde ich jetzt auch nochmal was ausprobieren. Und zwar würde ich jetzt einfach mal die X- und Y-Koordinaten hier oben ändern. Und ich frage mich gerade, warum ich das hier so umständlich ausgerechnet habe. Ich könnte das doch einfach hier oben hinschreiben, oder? Ich könnte doch hier einfach hinschreiben, Y mal 40 plus X plus 1024, beziehungsweise plus Bildschirmspeicher. Und die 40 hatte ich mir doch auch irgendwie da oben, ZL-Zeilenlänge in eine Variable geschrieben, da ist das auch viel besser. So, dann kann ich nämlich jetzt hier oben einfach umwandeln. Wenn ich jetzt zum Beispiel X und Y auf 1 setze, also direkt oben in die Ecke rein poke, dann bin ich hier bei 15, es wurde jetzt überschrieben relativ schnell. Das A braucht 36 und das B braucht 47. Es ist immer noch relativ schnell, aber wir sehen, dass es jetzt viel schneller geht. Das liegt einfach daran, dass wir hier unten nicht mehr so viele Zeilen printen müssen. Das Print dauert auch sehr lange. Das heißt, wenn ich jetzt hier diese Steuerzeichen hier oben erst auf dem Bildschirm printe, dann dauert das länger, wenn ich hier mehr Zeichen habe. Sprich, wenn die Figur unten rechts in der Ecke irgendwo ist, dann dauert es viel, viel länger, als wenn sie oben links in der Ecke ist. Das kann ich auch jetzt nochmal zeigen. Also nochmal eben kurz den Vergleich. 15, 36 und 47. Und dann ändere ich hier oben die Koordinaten mal auf X, 40 und Y, weiß ich nicht, 24 oder so. Und dann starten wir das Ganze nochmal. Eben hatten wir 47. Und jetzt funktioniert es auf irgendeine Weise nicht mehr. Irgendwas ist schief gelaufen. Aber wir machen mal hier so 22 mal eben gucken, woran das jetzt lag. So, jetzt, ah, ich habe die Y-Koordinate außerhalb des Bildschirms gemacht. Deswegen hat es nicht funktioniert. So, also 15, 35 und B ist jetzt da hinten rechts. Hat jetzt 122 gedauert. Jetzt frage ich mich allerdings, warum die anderen Sachen nicht innerhalb dieses Koordinatenbereichs gewesen sind. Die X-Koordinate hat nicht funktioniert. Das könnte vielleicht daran liegen, dass sie bei 0 anfängt zu zählen. Wir probieren es einfach nochmal aus. So, 15 ist da hinten rechts. Das A funktioniert auch da hinten rechts. Und das B, hm, das B ist jetzt ein weiter links. Hätte ich da doch noch plus 1 rechnen müssen. Ich bin nicht sicher. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall sehen wir hier mit 122 dauert es viel länger, 60 mal das B hier unten in die Ecke rein zu printen, als hier oben links in die Ecke. Hier oben links in der Ecke waren wir bei 7,40. Trotzdem bleibt das Printen mit den Steuerzeichen die langsamste Variante, das Ganze hier zu machen. Ich finde, dieses Poken mit X und Y und dann das Printen der entsprechenden Spielfigur an die Stelle, an der der Cursor positioniert wurde, ist somit am elegantesten, würde ich sagen, und funktioniert auch am besten. Vor allen Dingen, wenn man mit X- und Y-Koordinaten arbeitet. Wenn man direkt im Bildschirmspeicher arbeitet allerdings, dann ist das direkte Poken vorausgesetzt, man muss nicht ständig die Bildschirmposition ausrechnen, wahrscheinlich das Beste. Das hat den Vorteil, die Spielerposition oder die Position der Figur ist auch nur in einer Variable, nicht in zwei, also nicht in X und Y, sondern nur in einer Variable. Da poket man dann entsprechend das Männchen hin und wenn man das Männchen sich bewegen soll, zum Beispiel einen Schritt nach oben, dann zieht man einfach 40 ab von dieser Position. Muss dann natürlich überprüfen, ob man nicht außerhalb des Bildschirmspeichers landen würde, aber das muss man auch überprüfen, wenn man mit X- und Y-Koordinaten arbeitet. Von daher funktioniert das an sich ganz gut, beziehungsweise sollte so ganz gut funktionieren. Jetzt habe ich in meinem Projekt allerdings X und Y schon als Koordinatensystem festgelegt. Ich weiß nicht, das Ganze umzubauen wäre jetzt nicht sonderlich schwer. Ich muss mir mal überlegen, ob es Sinn macht. Naja, ich schreibe hier nochmal das Ausrechnen der Position eben hin. Also Position ist gleich Y mal, was war das? Zeilenlänge ZL plus X plus Bildschirmspeicher. Nochmal starten. 37, 35 und 122. Also wir wissen jetzt, am schnellsten funktioniert es mit den X- und Y-Koordinaten und das Cursor-Positionieren. Wenn man hier vorher ausrechnen muss, wo die Position ist, dann funktioniert das Poken nicht so schnell, ist aber auch nur geringfügig langsamer, würde ich sagen. Und das Printen von Steuerzeichen auf dem Bildschirm dauert am längsten. Das Ganze setzt natürlich voraus, dass man in der Schleife auch wirklich komplett auf Variablen setzt und keine festen Werte da reinschreibt, denn feste Werte machen alles immer sehr, sehr langsam. Da ist immer viel Optimierungspotenzial. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und ich wünsche euch noch eine gute Zeit, würde sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.